Mitten im Schuljahr habe ich gewechselt, nach Ostern sogar. Eigentlich unvorstellbar, aber der Lehrer hat sich damals für mich stark gemacht. Und da habe ich meinen Musiklehrer kennengelernt, der im Grunde mein musikalisches Talent wirklich über Jahre gefördert hat, der mir Türen geöffnet hat, der mir Kontakte hergestellt hat, zum Beispiel zu Atze Schröder, zu meinem Kumpel Amaretto, der die Texte schreibt. Also wäre ich nicht von der Schule geflogen, säße ich jetzt nicht hier und wäre nicht heute in Bremen bei den Six Days. Vielen Dank.